Ich werde euch exterminieren. Das wird ein einfacher Test für mich. Eement, versuchen wir es mit Gas. Wow, malen wir! Warten wir die Schuhe auf! Amusant! Eure Verteidigung in den Weg zu testen. Jetzt werde ich tatsächlich ver- Es scheint mir, als arbeitest du in dem Fehlglauben, dass du das überleben sollst. Sollst du nicht?